Aaaaaaah! White Titty! Was für ein wunderschöner Sonntag, an dem ich ganz viel froh hab. Heute wird's am See gechillt, gegrillt und hart gefeiert. Ein Hoch auf meinen freien Tag. Gutes Wetter, gute Laune und nur Leute, die ich mag. Doch mein viel zu teures Smart, so zerstört diese Idylle. Was klingelst du so laut, während ich hier grade chille? Fuck, es ist mein Chef, wieso bleibt er mir nicht erspart? Arbeiten am Sonntag, klar, ich bin am Start. Und damit meine ich! Halt ein Maul, lass mich bitte allein. Ich mach den Zugmodus rein, ein bisschen chillen muss auch mal sein. Halt dein Maul, es ist sicherlich wichtig. Aber sind wir mal ehrlich, es interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Wieso hab ich mich überreden lassen mitzumachen? Und mich im Internet auf diese Sexbombe eingelassen? Sie ist vielleicht nicht hässlich, doch ehrlich. Wenn sie spricht und lacht, frag ich mich, wer hat in diesem blonden Kopf AA gemacht? Meine Gedanken schweifen zum Essen, ihre Anwesenheit hab ich vergessen. Sie erzählt irgendwas mit WG-barer Kleiderstack. Ich sag ihr, ui, toll, das klingt ja hochinteressant. Und damit meint er Halt dein Maul, lass mich bitte allein. Ich mach den Zugmodus rein, ein bisschen chillen muss auch mal sein. Halt dein Maul, es ist sicherlich wichtig. Aber sind wir mal ehrlich, es interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Headset, selbstgespräche, Führer, halt dein Maul. Sekt den Vertreter an der Tür, halt dein Maul. Freundlicher Mann von nebenan, halt dein Maul. Wieso soll ich jetzt mein Maul halten? Halt dein Maul. Kein Empfang, halt dein Maul. Deutsche Bank, halt dein Maul. Dieter Wohl, halt dein Maul. Polizei, ich halt dein Maul. Whiteypti, halt dein Maul. Neonati, halt dein Maul. Benzinpreis, halt dein Maul. Justin Bieber, nee, den Mann. Mit Steroiden aufgepumpte Stier, halt dein Maul. Charakterstarke Frau direkt von mir. Ich will ich weiter. Was soll diese ganze negative Energie? Wieso leben wir nicht alle zusammen in Harmonie? Halt dein Maul. Lass mich bitte allein. Ich mach den Flugmodus rein. Ein bisschen Chill muss auch mal sein. Halt dein Maul. Es ist sicherlich wichtig, aber sind wir mal Geherrliches. Interessiert mich nicht. Halt dein Maul. Lass mich bitte allein. Ich mach den Flugmodus rein. Ein bisschen Chill muss auch mal sein. Halt dein Maul. Es ist sicherlich wichtig, aber sind wir mal, wie ehrlich ist, interessiert nicht dich. Interessiert nicht dich. Interessiert nicht dich. Wer soll seinen Maul halten? Schreibt in die Kommentare. Unser Ziel ist es, mit diesem Song in die Top 10 zu kommen. Gemeinsam können wir das schaffen. Holt euch den Song. Alle Links sind in der Infobox. Weiter geht es dann entweder mit unserer letzten Parodie oder ihr seht euch den letzten Sommersong an. Welt wie immer weise. Holt euch den Song, bringt damit White Titty in die Charts. Danke für eure Treue. Bald gibt es ein Album dafür. Bis zum nächsten Mal bei Titty Tag. Halt deinen Maul! Auf Wiedersehen. Nitig sind jetzt in der Schlange taxi da unterwegs. Wenn du so 1980are controversoc travelling zu Bes하게 d 현 stehst, wenquela ist die Macht, Quadratus, Products,사 und productos, Gas habe. Alles klar. Wenn du so weiteres international schiezen hierbei Assassin zu commonlyetzen, Moses beginnet für Stellung.